Es ist einfach noch nicht die Ursache geklärt. Klar ist, dass dieser Erreger beim Menschen dann aufgetreten ist und wir suchen mit Hochdruck danach, woher er kommt. Und deshalb ist die ganze Kette betroffen, sowohl die Erzeugung als auch natürlich alle Nachgelagerten, bis es am Schluss beim Erzeuger auf dem Tisch liegt. Hamburg hat auf spanischen Gurken Gurken Ehegerreger gefunden, auch wenn sie bei den zwei jetzt beprobten Gurken nicht aus diesem Stamm stammen. Aber es sind belastete Gurken und deshalb war eine Schnellwarnung auf alle Fälle ganz nach dem europäischen Recht. Es wird auf allen Ebenen untersucht, von allen Behörden, die damit beteiligt sind. Wir sind letztlich auf dem Stand wie in der vergangenen Woche, wo sich die Ursache auf diese drei Lebensmittel eingrenzen ließ. Aber konkret, welche Lieferwege, welche Herkunft, welche Verarbeitungsprozeduren, welche Verpackungen, die hier verantwortlich sein könnten für die Kontamination, hier gibt es in der Zeit keine Information. Ich bin an der Ministerin mit Ewan beispielsweise bei der Zusammenarbeit. Sie sagen, ich bin an der Ministerin mit Ewan beispielsweise bei der Zusammenarbeit. Sie sagen, ich bin an der Ordnung. Vielen Dank. Vielen Dank.